Also ich denke, wenn ich an dieses Wort denke, daran, dass ich danach den Leib Christi kriege. Und ja, es gibt auch was sehr leckeres zu essen. Ich freue mich auf meine Geschenke. Also ich freue mich auch fest darauf, dass ich dann mir auch für eine Kirche machen kann, also dass ich dann auch wieder etwas Geliand habe dazu. Und ich freue mich auch ein bisschen darauf, dass es stattfindet. Also ich, wenn ich an das Wort denke, dann denke ich an Gott. Dass ich älter bin und auch was Besonderes bin unter meinen Herzen. Sagst du noch einmal, was könnte es sein?